3, 2, 1, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist Podcast ist echt nicht einfach, Folge 33. Und heute gibt's den ersten Gast, der zum zweiten Mal da ist. Das alles gleich nach dem Intro. Willkommen zurück alle beim Podcast ist echt nicht einfach. Heute die Folge 33 und ich freue mich einen guten Freund und einen Gast zu begrüßen, der in Folge 5 bereits hier war. Hier ist Fabian Ruckmeier. Hallo Fabi. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Und vor allem, dass du in live und real jetzt mir gegenüber sitzt. Ja, das ist ja genau das zweite Mal hier, aber jetzt ist ja doch nochmal irgendwie besser. Ja, und ganz anders. Du bist zum zweiten Mal hier, weil du Experte bist in ganz vielen Themenbereichen. Und letztes Mal hattest du ein interessantes Thema mitgebracht, weil du gesagt hast, ich würde dem Ganzen einen Mehrwert gerne geben. Und wir haben über Freiberuflichkeit gesprochen und Gehaltsverhandlungen und wie man mehr Kohle raushandelt oder wie man sich verkaufen kann oder woran man denken muss, wenn man in eine Gehaltsverhandlung geht. Und heute geht's aber eigentlich um deine Expertise, denn es geht ums Schneiden, um Editing von einem Film. Ja. Warum macht dich das zum Experten? Warum bist du ein Experte daran? Ja, weil das mein Beruf ist. Das ist, was ich tatsächlich seit mittlerweile schon zwölf Jahren als Beruf mache. Ich bin Filmeditor, mittlerweile selbstständig, war lange festangestellt, unter anderem auch in Köln beim WDR. Jetzt gerade bin ich selbstständig in München als Filmeditor, so heißt das korrekt. Früher hat man Cutter gesagt auch, aber das hören wir nicht mehr so gerne. Genau. Und du hast Filme geschnitten, du hast Dokumentationen geschnitten, du hast alles Mögliche geschnitten, mittlerweile auch Videofilme, Videofilme, wie heißt das, Bandfilme, Videoclips für Musik, also ganz viele verschiedene Genres auch. Genau, aber keine Spielfilme, also sowas wie Spielfilme im Kino schneide ich eigentlich nicht. Könnte ich auch, aber es ist bisher nicht so mein Steckenpferd gewesen, halt eher so Reportagen, Dokumentationen, genau, und was du noch so sagst. Musikvideos, Trailer, News. Jonglier-Videos. Jonglier-Videos, ja. Boah, ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal GoPlay angeguckt. Sehen wir jung aus. Als wir mit GOMMA den Podcast gemacht haben, haben wir darüber geredet, und da hat mich jemand erinnert, dass ich das noch bitte verlinken soll unter meinem Video, und da habe ich es gesucht, und das ist irgendwo in den Tiefen des Weltraums, da ist es noch da, das Internet. Das Internet vergisst nicht, sagt man ja auch. Ganz genau, und da habe ich mir angeguckt, boah, waren wir jung. Und da wurde auch, genau, ja. Ich musste daran denken, wegen Filmschnitt und Videoclips von Jonglieren zu schneiden, was du ja auch gemacht hast. Genau, GoPlay habe ich nicht geschnitten, aber... Ich habe das, als ich in Köln meine Ausbildung gemacht habe und wir uns alle auch so kennengelernt haben und ich die Kölner Jonglier-Szene kennengelernt habe, auch selber als Jongleur und Filmemacher, war das natürlich irgendwie toll, so viele Menschen um sich herum zu haben, die alle die ganze Zeit Bock hatten, was zu machen, auch was Visuelles zu machen. Und dann konnte ich irgendwie natürlich auch ganz toll mit der Kamera, also meine Kamera und mich und meine Fotografie ausprobieren und meinen Schnitt auch, genau. Und das ist natürlich geil, wenn du so viele Leute um dich herum hast, die alle einfach unendlich Power haben und auch selber kreativ sind. Und das hat sich einfach hervorragend ergänzt, ja. Deine Expertise ist mir auch eine große Hilfe bei meinem YouTube-Kanal. Du warst immer ganz am Anfang schon viel im Austausch. Einmal was Equipment angeht, bist du natürlich ein guter Ansprechpartner für mich. Aber eben auch, wie man visuell etwas darstellt. Wir haben jetzt gerade hier noch einen Podcast, uns ums Licht gekümmert. Und da habe ich mir nochmal von dir ein paar Tipps holen können, was ganz toll ist, weil du diese Expertise einfach mitbringst. Im Schnitt, sagt man, wird ja eigentlich der Film neu geschrieben. Ja, das kann man sagen. Also gerade in den Bereichen, wo ich schneide, also sagen wir mal bei Reportagen oder Dokumentationen, kann man vorher natürlich vieles planen. Man kann planen, mit welchen Protagonistinnen man drehen will, was man vor der Kamera sehen will. Und dann gehen die Dreharbeiten los und da ändern sich das erste Mal schon meistens der halbe Film. Und dann kommen die Regisseure aber mit irgendwie 50 Stunden Material in den Schnitt. Und dann hat man tatsächlich häufig ein weißes Blatt und fängt nochmal von vorne an. Also ich als erster Zuschauer kann da nochmal wirklich ganz viel neuen Input bringen von vorne. Einfach den Film nochmal schreiben, wie du sagst. Und vor allem bist du an dem Punkt in diesem Prozess, wo du nicht selber die Bilder unbedingt eingefangen hast. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, jemand anderes hat die Bilder eingefangen, der hat sich auch irgendwas dabei gedacht. Mit dem Regisseur zusammen, von welchem Standpunkt aus man das erzählt, bildlich einfängt. Oft wird mehr gefilmt, als nachher ja im Film entsteht. Man weiß ja, das meiste wird ja weggeschnitten sozusagen. Immer, muss ja. Ja, deshalb heißt es schneiden. Außer du drehst den One-Tape in Victoria oder so. Ja, wie gehst du dann da ran? Wie weißt du, wo die Essenz ist? Guckst du dir alles im Schnellverfahren an, auf doppelte Geschwindigkeit oder? Ja, ich gucke es mir in hoher Geschwindigkeit an. Früher hat man noch, also auch zu Beginn, als ich angefangen habe, wurden noch die Tapes in Echtzeit reingeladen. Und so hatte man die Gelegenheit, quasi alles, was man zur Verfügung hat, einmal auch in der echten Zeit zu sehen. Okay, für die Leute, die erst 2000 geboren sind, dann erklärst du, dass der Film in Echtzeit reingelesen wurde? Also genau, man guckt sich einfach, man guckt sich das, was der Kameramann gefilmt hat, genauso an, wie man sich eine DVD oder vor 2000 eine VHS angeguckt hat. Man kann aber nicht vorspulen. Genau, man kann nicht vorspulen, weil dann würde das auch nur vorgespult ins Schnittsystem reingeladen werden. Aber tatsächlich kann sich das nach meinem Gefühl heute kaum noch jemand leisten. Die Schnittzeiten sind knapper kalkuliert heute und man beginnt meistens den Schnitttag damit, dass schon alles im Computer drin ist. Die ganzen Bilder sind drin und ich könnte theoretisch direkt losschneiden, kenne aber natürlich noch kein einziges Bild. Darum muss ich da einmal schnell durchdüsen und man guckt sich das in Highspeed an. Da gewöhnt sich das Auge aber auch mit der Zeit dran. Es sieht verrückt aus für Leute, die das nicht gewohnt sind. Du suchst da auch wahrscheinlich nach genauen Anhaltspunkten. Ja, man sucht zum Muster. Das kann ich auch gar nicht so genau beschreiben. Ich glaube, jeder Editor, jede Editorin hat da so ihre eigenen Muster, wonach man schaut und wonach man auch so Szenen oder Orte oder ProtagonistInnen ablegt. Da hat jeder so seine eigenen Muster. Auch im Kopf ablegt, meine ich auch tatsächlich. Und du bist dann aber nicht allein, sondern es gibt oft dann einen Redakteur, der dir zur Seite steht? Genau. Oder einen Regisseur? Die AutorInnen der Filme sind mit im Schnitt und wir arbeiten fast immer zu zweit. Und die sagen mir dann häufig, was sie erzählen wollen, welche Geschichte sie transportieren wollen. Also als Beispiel könnte man sagen, wir beginnen den Film mit dieser Protagonist. Diese Protagonistin soll als erstes im Film vorkommen und wir wollen uns diesen Menschen irgendwie nähern. Und wir haben mit der gedreht am Bahnhof und wir wollen uns irgendwie diesen, so ein ganz einfaches Beispiel, wir wollen uns dem nähern. So erklärt die mir das auch. Und währenddessen düse ich durch die Bilder durch und suche schon mal raus, was man in diesen ersten 30 Sekunden dann zusammenschneiden kann. Und hör mir die Töne an, das ist ja auch immer Bild und Ton, wird alles immer parallel verschnitten. Und dann nähern wir uns dieser Figur und entscheiden dann häufig auch zusammen, was so der erste Ton ist, den die Figur sagt oder die Person sagt. Aber wir entscheiden vieles zusammen tatsächlich dann. Man kann den Ton ja auch vom Bild entkoppeln. So kann man auch manchmal Bilder zeigen, die, sag ich mal nur so, wie nennt man das, Gleitbilder, wie nennt man das? Schnittbilder. Schnittbilder. Schneebies, sagen wir mal. Schneebies, genau. Die man dann aber mit dem O-Ton vielleicht vorm Interview bereits verarbeitet, sodass es zwar, die Figur wird bereits über die Audiospur eingeführt, aber du siehst erstmal den Ort und so wird der Ort, wo die Person sich befindet, vielleicht eingeführt. Genau. Oder das Thema oder worum es vielleicht immer geht. Es gibt ja so Tricks beim Schneiden, wie man eben zu so einer Erzählung kommt, dass sie spannend ist oder dass sie Spaß macht, fast schon so neugierig ist. Oder dass es gut fließt auch, dass die Zuschauerin, dass man das einfach so gemütlich vom Sofa guckt und dass es so gut durchläuft. Also zum Beispiel zieht man häufig, fängt die Person schon an zu sprechen, während man noch den Bahnhof sieht, um wieder bei dem Beispiel zu bleiben. Man hört sich schon sprechen. Und erst während des Tons schneiden wir wirklich in das Bild der Person. Und so hat man den Bildschnitt vom Tonschnitt ein bisschen verschoben. Also das Bild wird erst später geschnitten als der Ton. Und durch diesen Versatz wirkt es alles so ein bisschen flüssiger. Und am Anfang weiß ich auch noch, ich habe die Kollegin gefragt, sag mal, wann schneidet ihr denn dann ins Bild rein von dem? Also an welcher Stelle im O-Ton schneidet ihr denn dann auf die Person? Konnte mir aber keiner sagen. Mittlerweile mache ich es täglich und könnte es dir auch nicht sagen. Es ist tatsächlich ein Gefühl, ich höre auf die Sprache, ich achte auch darauf, wie Leute blinzeln, wie Leute, wenn Leute sich dann so reindrehen und so, ist häufig so ein guter Moment, dass sie dann präsent sind. Und das ist alles so Kleinigkeiten. Was sagt auch, in eine Bewegung reinschneiden ist einfacher? Kann man halt grundsätzlich nicht sagen. Es kommt auf die Bewegung an. Aber ja, manchmal warte ich auch, bis eine Bewegung abgeschlossen ist. Also so eine leichte Kopfbewegung oder so, bis der Kopf dann steht und schneide ich dann erst rein. Aber wenn die Kamera vor dem Schnitt auch schon eine leichte Bewegung schwenkt, macht, dann ist es mega cool, wenn du natürlich auch in die Kopfbewegung reinschneidest. Also die Kamera schwenkt und du nimmst nach dem Schnitt die Kopfbewegung mit. Das ist so auch... Da sind wir jetzt aber schon in den ganz feinen Tricks. Ja, aber das ist ja cool. Das sind ja genau die Sachen, worüber wir sprechen wollen. Das ist, wie wenn Moderatoren da sind und sie gucken in diese Kamera, um dann mit der Kamera zu reden. Jetzt kann ich das so schneiden, dass die Kamera bereits gesehen wird vom Zuschauer. Und ich sehe als Zuschauer, wie der Moderator sich so mir zuwendet. Ja, genau. Oder eben, ich kann aber auch zeigen, wie ich das Bild verlasse und dann erst reinschneide. Oder ich kann es sogar eben genau in der Mitte setzen, dass ich hier das Bild verlasse und hier schon wieder reinkomme. Das macht einfach ein anderes Ding. Ich glaube, das war früher total gang und gäbe in so Gameshows. Der Preis ist heiß und so. Da haben die das ständig gemacht und übrigens noch in diese Kamera kurz nochmal reingelabert. Ich glaube, heute macht man das nicht mehr so dicke. Man macht das seltener, ja. Ich glaube, je weniger Inhalt so eine Sendung rüberzubringen hat, desto öfter wird sowas gemacht natürlich. Kann man das so mitfüllen, ja. Nicht schlecht. Es gibt noch andere Kniffe, wie man sagt, da kann man interessant schneiden, da kann man gut schneiden. Und es hängt aber auch immer davon ab, was das Material ist. Also ein MTV-Videoclip zum Beispiel aus der ersten Generation. Ich weiß noch, wie ich Videos mir angeguckt habe, die fast nah an der Epilepsie waren sozusagen. Also so schnell geschnitten, auf den Beat, aber noch schneller und ganz viele verschiedene wirre Bilder. Irgendwie die alten auch Missy Elliott-Videos oder so mit irgendwie noch Kaleidoskop-Lichtern, die drum und drum sind. Das war zu der Zeit der Hammer. Da haben die uns abgeholt als jungen Leute. Das war neu. Das war eben dieses freche MTV, wir ballern da quasi. Dass deine Eltern das nicht mögen. Exakt, dass meine Eltern sagen, wie kannst du sowas dir nur angucken? Das ist viel zu schnell. Das ist überhaupt nicht ein Tempo, was diese Generation gewohnt war, auch als Sehverhalten. Wir wurden damit zugetackert und daraus entstand ja auch bei vielen Sachen, finde ich, so ein Stil, der sich so begleitet hat, auch in andere Filme rein. Also wenn ich an Matrix denke, als ich wusste, wir machen den Podcast übers Schneiden, habe ich so für mich nachgedacht, was ist so der Film, der mich im Schnitt am meisten beeindruckt hat, wo ich wirklich genau Beispiele aufzählen kann. Und das wäre bei mir Matrix so, wo ich sagen muss, auch der hat irgendwo seinen Ursprung in diesem schnellen Schnitt oder sich zu trauen, Winkel auch zu filmen, die nicht klassisch irgendwie immer in der Horizontalen sind. Es gibt ganz viele Aufnahmen von oben oder dann so Wechselschnitte und natürlich auch all diese Sachen über Bild, also die goldene Mitte oder wie in dem einen Bild irgendwo versteckt da eine Symmetrie ist, die im anderen Bild auch wieder aufgenommen wird. Ganz subtil sowas zu bauen. Kommt das daher? Ist das modern? Ist das eine Stilgeschichte? Ich glaube schon. Musikvideos haben ja noch die Freiheit, dass sie eigentlich, also haben ja wirklich noch mehr Freiheiten als ein klassischer Film einfach. Die Leute konnten sich halt in Musikvideos noch mehr austoben und das ist ja ein Wechselspiel. Wenn du dir zum Beispiel Thriller anguckst von Michael Jackson, das ist ja ein Musikvideo, was sich beim Film abgeguckt hat. Beim Zombie-Film haben die sich ja eine Geschichte abgeguckt. Ein 15-minütiges Musikvideo war ein absolutes Novum zu der Zeit. Und genau, andersrum später Kinofilme oder Fernsehen, die sich dann diese Wildheit vom Musikvideo abgeguckt haben. Und ich finde das total spannend, weil es ist eine Wechselwirkung. Alle gucken immer zum Glück gegenseitig auf sich, auf die anderen Genres. John Wick denke ich gerade auch. Jason Bourne war zu der Zeit aus der Zeit von Matrix. Wackelkamera und ultra hohe Schnittfrequenz. Hat für den ersten Film sogar einen Schnitt-Oscar bekommen. Echt? Ja, obwohl diese wahnsinnige Schnittfrequenz. Ja, unfassbar schnelle Schnittfrequenz. Und dann war eben diese typische Wackelkamera in den Action-Szenen. Genau, alles von der Schulter. So ein Markenzeichen. Ich meine, man macht das ja, damit man das Gefühl hat, man ist so in der Action drin. Ja, du bist ein Beobachter, der mit durchgerüttelt wird. Der aber mit durchgerüttelt wird. Dann gibt es aber auch ganz viele Action-Filme, die das wieder weglegen, wo es eher wieder ganz clean ist oder zumindest steady ist und du eher so durchschwebst, als wärst du auf der Drohne. Ja, zum Beispiel ein Tarantino macht es häufig dann tatsächlich, Action-Bilder zu schaffen mit einer wirklich festgenagelten Kamera und mit einem perfekten Framing. Und dann passiert aber wirklich die wildeste Action, die du dir vorstellen kannst, in einem festen Rahmen. Der macht auch bewegte Kamera, aber ist auch ein Beispiel für... Aber es ist ein Stilmittel tatsächlich, dass das genutzt wird. Es erinnert mich dann immer so ein bisschen an wie ein Theater. Bei Tarantino kommt ganz oft, gibt es so einzelne Szenen. Ich denke bei Django Unchained an die Szene mit Leonardo DiCaprio oben an diesem Esstisch, wo auch dann er sich schneidet, er sich verletzt. Das ist eine ganz vage Präsent. Auch da ist das Bild halt in einer langen Zeit einfach genau dieses große Frame, wo alle Charaktere drin vorkommen. Samuel L. Jackson ist da als der Diener. Ja, er ist da und Django und hier der Walter, der Christopher Walz. Alle in dem gleichen Frame und da passiert es. Oder der andere Film, die Hateful Eight, hast du den gesehen? Hateful Eight habe ich nicht gesehen, aber ich habe vor kurzem Kill Bill nochmal geschaut. Und da gibt es eine Szene, wo Tarantino sich explizit vorgenommen hat, seine Fähigkeit, das habe ich hinterher im Making-of gesehen, seine Fähigkeit als Regisseur für Action-Sequenzen nochmal zu verbessern. Und das ist der Kampf gegen die verrückten 88, die Crazy 88. Weil Tarantino sagt zu sich selber, ein richtig guter Regisseur ist nicht gleich ein guter Regisseur für Action-Sequenzen. Und da hat er sich nochmal gechallenged. Und wenn man sich die Sequenz anguckt, dann merkt man, was für eine Arbeit und was für ein Detailreichtum da drin steckt. Die ist richtig lang. Unglaublich viele Positionen haben die in dieser, es ist auch nicht nur eine Ebene, dieser Raum hat ja auch einen umlaufenden Balkon. Und das ist ja, und da kommt wieder der Schnitt ins Spiel. Wahrscheinlich haben die die Szene sehr, sehr detailliert vorher immer wieder aufgemalt. Du hast eine Zeichnung von jedem Bild, von jedem Kamerabild. Und trotzdem musst du im Schnitt hinterher nochmal entscheiden, wirklich in welchem Timing du das zusammenbaust, ohne dass der Zuschauer oder die Zuschauerin die Orientierung in diesem viereckigen Raum verliert und in der Ebene. Also im Schnitt musst du auch viel darauf aufpassen, dass die Zuschauerinnen dreidimensional und zweidimensional dabei bleiben, einfach orientiert bleiben. Oder wenn du es nicht machst, dass du sie bewusst durch den Raum schickst, ohne dass sie mehr wissen, wo oben und unten ist. Man sagt ja sowas wie, man darf, man soll nicht die Bildachse schneiden. Also wenn ich zwei Leute habe, die auf mich zulaufen sozusagen, dann soll ich nicht in das genaue Spiegelbild davon schneiden. Weil der Zuschauer sieht dann, der kann nicht mehr orientieren, wieso gehen sie jetzt von rechts nach links, die sind doch gerade von links nach rechts gegangen. Sowas zum Beispiel, oder wenn du im Dialog hast, du hast fast immer eine Person auf der linken Seite und eine Person auf der rechten Seite. Und egal, wie du diese Szene filmst, ob du eine totale vom Raum hast, ob du ganz nah an einem dran bist, man versucht immer die Orientierung zu behalten, dass die eine Person eher links und die andere Person eher rechts ist. Und wenn man das verletzt, wie zum Beispiel in Shining, wo der Hauptcharakter so langsam schizophren abdriftet. Und Schizophrenie ist ja ein super Beispiel dafür, wie du das auch mal wirklich durcheinander bringen darfst. Aber solange das nicht ist, und das ist ja eigentlich dann in 90 Prozent aller Filme nicht so, sollte man das auf jeden Fall versuchen, damit die Orientierung da bleibt. Das muss man aber schon beim Dreh richtig gut machen. Hinten im Schnitt ist dann selten noch was zu retten. Das ist schwer wahrscheinlich. Außer, dass man alle Szenen wirklich in den Müll schmeißt, die nicht funktionieren. Oder guckt, wie viele habe ich von welcher Perspektive, dann nehme ich nur die, die irgendwie dann funktionieren. Und bei Kill Bill gerade auch noch, weil ich daran dachte, das muss ja auch so gefilmt sein, dass sie diese Umgebungen immer filmen können, ohne dass da der Typ mit dem Mikrofonständer und das Licht und die Kamera steht. Weil es muss also mehrmals gefilmt werden im Endeffekt, dass das funktioniert, sonst würde das auch gar nicht funktionieren. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Klassischer Film, tatsächlich alles nur mit einer Hauptkamera. Und die Dialoge machst du dann auch mehrfach, bis alles funktioniert, mit einer Kamera alles. Das ist aber richtig klassischer Film. Genau, das schneide ich eher selten. Was schneidest du denn? Oder was schneidest du, lass mal anders fragen, was schneidest du denn am liebsten? Kann man das sagen? Gibt es was? Ich mag schon, ich mag Reportageformate schon richtig gerne und Dokumentationen auch, aber so wirklich so, dass es gibt ein Thema und dem nähern wir uns. Und darüber weiß ich nichts, die Regisseurin oder so weiß wahrscheinlich schon, weil sie seit Monaten recherchiert, schon mehr. Und darum ist es ja wichtig, dass ich das schneide und auch neugierig bin und nichts weiß. Und dann nähern wir uns. Und das kann ja wirklich alles sein. Das kann von wissenschaftlichen Themen sein. Wissenschaftliche Themen mache ich schon besonders gerne. Aber auch gesellschaftliche Sachen. Jetzt gerade zur Zeit schneide ich eine riesige Dokumentation über NS-Zwangsarbeitskräfte, also Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen während der Zeit des Nationalsozialismus. War für mich ein komplett neues Thema. Wusste ich nichts, also fast nichts drüber. Und ja, man kommt dann rein. Und stellt aber auch dann die Fragen, die die Zuschauerin zu Hause auch stellt. Und das finde ich dann auch wichtig, dass ich die Fragen im Schnitt stelle, weil wenn ich mit einem Historiker zusammenarbeite, der weiß das alles schon. Ja, ja. Und du bist das Auge des Zuschauers. Du musst quasi in die Rolle des Zuschauers gehen, der erstmal nichts weiß von dem Thema, sich aber gerne annähern möchte. Neugierig sein. Und gleichzeitig ist deine Aufgabe aber auch im Schnitt dann dem Ganzen den Flow zu geben, dass es sich, wie du vorhin gesagt hast, gut. Und ansieht von zu Hause aus, das fluppt sozusagen. Und halt Schwachstellen im Drehbuch oder im Konzept auch aufzudecken, auch den Leuten klar zu sagen, hört mal, das, was ihr euch da überlegt habt, funktioniert so nicht. Dieser Geschichtsstrang, das ist einfach uninteressant oder das führt in die falsche Richtung oder so. Hast du ein konkretes Beispiel? Ja, wir hatten letzte Woche, haben wir über eine Person geredet, die in einem Konzentrationslager gelandet ist. Und während die Person vorgestellt wurde, der Mensch vorgestellt wurde, hatte der Regisseur noch einen Satz drin, dass er, bevor er im Lager landete, noch 1000 Kinder gerettet hat. Und mich hat dieses total rausgehauen. Also es gab so mehrere Infos über diese Person und unter anderem, dass sie 1000 Kinder gerettet hat und dann in Auschwitz gelandet ist. Und ich sagte, das können wir nicht drin lassen. Ich weiß, das macht diesen Menschen groß und natürlich ist das natürlich Wahnsinn. Aber diese Geschichte, diese eine, das ist so, ich will da so viel mehr drüber wissen, wie und warum und 1000 Kinder, so, dass wir das nicht einfach behandeln können. Also entweder wir machen es richtig lang oder wir lassen es raus. Wow. Interessant, weil du sagst, sowas kann man nicht einfach nur in so einem Nebensatz erwähnen. Das kann man nicht einfach nur so lapidar anteasern, sondern da muss man, weil dann sofort beim Zuschauer ja Fragen entstehen. Ja, genau. Und genau das wollen wir vermeiden. Das ist ein spannender Filter, den du da setzen musst. Einfach wirklich den Weg, den wir gehen wollen, beibehalten, ohne dass man nach links und rechts abgelenkt wird. Das macht es einfacher zu gucken tatsächlich. Glaube, nach meiner Idee. Aber kann man ja diskutieren, kann man ja auch sagen, nee, das ist eine super wichtige Information. Vielleicht wird es später nochmal aufgegriffen oder, ja, dann reden wir darüber. Das ist ja, Streit gehört ja auch dazu. Guter Streit. Ja, man kann auch für eine Idee kämpfen dann wiederum. Natürlich, ja. Bitte darum, ja. Da wird dir was raus zu provozieren. Ja, natürlich. Ich klopfe ja nur Schwachstellen ab und wenn es keine sind, umso besser, dann bleibt es drin. Dann entstehen auch kreative Prozesse, glaube ich. Weil man sich selbst auch in Frage stellen muss, was man sich mal überlegt hat. Wo man oft dann sagt, okay, ich habe mir was überlegt, daran bleibe ich jetzt fest, weil das gibt mir Sicherheit und dann jemand anderes das wieder neu anstupst, dann reflektiert man vielleicht mal wieder drüber. Und das ist das, was du eben gesagt hast. Ich bin der erste Zuschauer im Schnitt von dem, was die gedreht haben. Und ein witziges Beispiel ist immer, wenn der Regisseur sagt, ja, wir müssen dieses eine Bild reinschneiden, den Sonnenaufgang von dem Hügel. Weil wir sind morgens um vier Uhr aufgestanden und haben das Stativ bis auf den Berg rauf geschleppt und die Kamera und so. Und manchmal sitzt man dann im Schnitt und denkt sich, ja, aber das Bild ist erstens nicht, ist es irgendwie nicht schön geworden. Und es hilft uns überhaupt nichts für die Geschichte. Gar nichts. Und es tangiert dich leider auch nicht als der Editor, der nicht mit auf war an dem Tag und nicht damit hochgelaufen ist. Ja, ich bin emotional überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht darin involviert in dieses Bild. Und darum kann ich ja sagen, ich empfehle, dass wir das nicht reinschneiden. Bei dem Beispiel wird das, glaube ich, wirklich schwer. Das wird wahrscheinlich im Film landen. Irgendwie kriegen wir das schon rein, das Bild. Ja, ja, ja. Als Editor guckt man sich ja dann auch andere Dinge ab. Das heißt, du guckst wahrscheinlich auch Filme und andere Serien oder Dokumentationen mit einem ganz anderen Auge. Man sieht ja, sobald man anfängt Fernsehen zu machen, sieht man ja immer, dass immer schon mal das, was dahinter ist. Oder bei mir ist es auch beim Theater auch. Dann weißt du eben, du weißt halt, wie es hinter dem Theater aussieht, wie etwas vielleicht geprobt wurde, wie vielleicht eine Idee entstanden ist, weil man diese Methodiken kennt. Und für dich halt dann auch, du kennst das natürlich. Gibt es da auch Vorbilder, die man sich dann anguckt? Gibt es Leute, wo du sagst, den Stil mag ich? Oder Serien, wo du sagst, das ist ein cooler Stil, weil? Also klar, ich habe ja schon auch meine Lieblingsregisseure. Aber das ist ja auch so, am liebsten sitze ich natürlich im Kino oder vor einer Serie und bin einfach nur so da reingesaugt und kriege gar nicht mit, wie das gemacht ist. Und dann merke ich auch gar nicht so genau, wie das geschnitt ist. Ich habe jetzt im Vorfeld zum Podcast, habe ich noch ein Zitat gefunden, wo jemand gesagt hat, ein guter, na, ich kriege es nicht mehr hin, aber im Idealfall merkt man den Schnitt nicht. Also bei einem richtig guten Film ist es wie ein Schiedsrichter beim Fußballspiel. Dann denke ich nicht drüber nach. Wenn der nicht auffällt, dann hat er es wahrscheinlich alles richtig gemacht. Ja, aber das ist vielleicht ein bisschen zu, wie nennt man das? Also das ist doch eher diese professionelle Anlage von wegen, ja, mein Job ist dann gut, wie ein Butler. Also mein Job ist dann gut, wenn er nicht gemerkt hat, dass ich da war oder so. Es ist nicht sehr devot und zurückhaltend eigentlich zu sagen, naja, ein guter Job ist ja auch, wenn ich denke mir, krass, war der Film cool geschnitten. Was für ein tolles Tempo. Also es kann mir ja auch auffallen, oder? Ich verstehe, was du meinst. Ich freue mich dann. Aber da bin ich wirklich nicht, der Meinung bin ich wirklich nicht. Ich glaube wirklich, der Schnitt sollte unauffällig sein. Und der sollte nicht gesehen werden. Denn aus meiner Sicht, wenn man jetzt wieder zum Kino geht, aber das kannst du, Kino kannst du immer wieder runterbrechen über Reportage bis hin zu einem Tagesschau-Film. So die Regeln sind ja irgendwie immer, jetzt ist der Zählerisch immer das Gleiche. Was ich nur sagen will ist, ich würde alles für diesen Film geben. Der Film, die Story, das Erlebnis beim Gucken ist das Aller, Allerwichtigste. Und da hat nicht die Arbeit des Tonassistenten, des Tonmenschen, der Regisseurin, der Editorin. Das ist alles nicht wichtig. Der Film muss, wenn du im Kino sitzt, dann muss dich das umhauen. Oder auch nicht umhauen. Oder zum Weinen bringen oder zum Nachdenken. Aber du darfst zumindest nicht darüber nachdenken, wie es gemacht wurde. Nein, das finde ich, das sollte nicht so sein. Aber ich hatte jetzt ganz konkret im Kopf den Film Crank mit Jason Straitham, der unfassbar Tempo einfach hat. Und der ganze Film fühlt sich an wie eine Achterbahnfahrt. Und da ist der Schnitt halt das Mittel zum Zweck. Also der Schnitt macht das Tempo und die Bewegung und macht diese Achterbahnfahrt. Ja. Das sind nicht die Bilder. Das ist die Art und Weise, wie eben da auf die Mucke auch geschnitten ist teilweise. Und wie dieser Beat durchgezogen wird. Das ist ein Stilmittel, genau wie Licht oder Kamera auch ein Stilmittel sein kann. Aber da fällt er mir besonders auf. Das mache ich damit. Da ist so ein Film, wo ich sage, da fällt mir der Schnitt so auf, weil er so wichtig ist für dieses Tempo, das er Filmen gerne erzählt. Ja, idealerweise würdest du hinterher sagen, das war ein geiler Film. Ich kann gar nicht sagen, warum ich das so Hammer fand. Ja, okay. Weil natürlich auch immer verschiedene Sachen da mit reinspielen. Irgendwer hat ja auch so Musik komponiert. Ja, ja. Jemand hat auch die Bilder gefilmt und hatte vorher die Idee, von welcher Perspektive, welche Bilder sind gewackelt, welche sind steady. Man kann natürlich hinterher über besonders gelungene Schnitte sprechen. Wenn man Filme dann analysiert, dann nimmt man ja alles nochmal auseinander. Und das mache ich ja auch gerne dann hinterher nochmal. Mich über tolle Schnitte freuen. Ich denke gerade an den Schnitt von Star Wars Episode 1. Ja. R1 ist mit Darth Maul, ne? Ja. Ja, genau. Und Anakin. Das ist die Geschichte, wo oben findet der Kampf statt mit den Lichtschwertern zwischen Obi-Wan, Qui-Gon und Darth Maul. Und gleichzeitig parallel dazu wird die Weltraumschlacht, glaube ich, erzählt von Anakin. Und dann ist es, glaube ich, noch eine kleine dritte. Droid Battle ist noch das dritte. Die Droid Battle, die andere. Ja, unten auf Naboo kämpft noch die Droidenarmee gegen die Gungeons. Also es ist eine Parallelmontage aus drei Orten und die gleichzeitig abspielen. Parallelmontage ist das Stichwort. Das ist ein wunderschönes Wort. Ja, das ist gut gemacht. Das ist fantastisch. Ja, natürlich. Und vor allem, wenn man dann, je tiefer man sich, je genauer und öfter man sich diese Szene anguckt, merkt man auch, wie die Musikübergänge von John Williams das ja auch verknüpfen. Dieses ganz bekannte Motiv von dem Lichtschwertkampf zwischen Maul und Obi-Wan und Qui-Gon. Was aber dann überblendet in die, also der Song bleibt ja der gleiche, aber du hast dann in dem Raumschiff wieder ein anderes Motiv, was spielt und das geht so nahtlos ineinander über, sodass man diese Gleichzeitigkeit immer, immer miterzählt. Ja. Ganz toll gemacht, ja. Super toll gemacht. Und das fluppt schön von den Bildern her und von der Story her und du begleitest parallel eigentlich deine drei Stränge, die verschiedenen Helden in den verschiedenen Ebenen, wo sie sich gerade befinden. Ja, und es ist dramatisch und auch nicht, auch hart ist die Szene zwischendurch auch. Es ist schon eine der schonsten Star Wars-Szenen. Aber hat der Film so schlechte Reviews eigentlich immer wieder gekickt? Ich mag den aber auch, ja. Wenn ich drüber nachdenke, er hat Schwächen, klar, aber eigentlich kann er was. Also allein die Szene muss man dem zugutehalten, dass das schon sehr viel gut macht. Ich liebe die Podracing-Szene. Also das war nach so langer Zeit kein Star-Wars-Film, dass ein Film kommt, der dieses Podracing bei einer Ultra-Hund, ein Rennen, eine Rennen, wie kann man das beschreiben? Ein Raumschiff-Rennen auf einem Planeten bei 1000 kmh. Und das auch aus der Sicht der Piloten gefilmt. Völliger Wahnsinn. Durch diese Schlucht halt macht das auch nochmal diese Geschwindigkeit, weil die Wände links und rechts einfach so an dir vorbeiziehen. Wobei tatsächlich da vieles aus dem Computer kommt. Da kann ich über den, also der Schnitt ist natürlich gut gemacht. Auch da wieder Orientierung im Raum. Jederzeit zu wissen, wo auf der Runde befinden sich die Piloten. Aber da musst du im Schnitt, hast du natürlich grüne Hintergründe die ganze Zeit. Da muss man viel intuitiv arbeiten. Auch hohen Respekt an die Editorinnen, die daran gebastelt haben. Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade eine gute Frage. Ja. Zu dem, was du gesagt hast. Na dann. Weil das ist spannend. Darüber habe ich noch nie Gedanken gemacht. Wenn etwas mit dem Greenscreen gefilmt wird. Und dann wird es erst geschnitten und dann kommt erst der Hintergrund drauf. Und nicht andersrum. Ist das so? Ja. Gibt es beides. Aber meistens schneidet man es erst. Gibt es dann während des Schnitts ab an die FX-Leute. Also an die Special-Effects. Special-Effects-Abteilung. Die geben dir das dann wahrscheinlich in der Preview, also in der Vorschau-Version, schon mal wieder zurück. Und dann baust du es wieder in den Schnitt ein. Nicht ganz hübsch, aber so sieht es dann aus. Und sagst dann, so machen wir es, Leute. Macht mir das final. Also es wird immer hin und her gegeben. Da arbeitest du in der Post-Production. In der Post-Produktion arbeitest du Hand in Hand mit dem Sound, mit dem Komponisten und mit den Special-Effects. Ja, weil das ist ja wirklich spannend. Weil dann sagt er, ja, und jetzt will ich eine Großaufnahme von dem Gesicht von dem Drachen. Ja. Und das heißt, okay, Großaufnahme von dem Gesicht von dem Drachen ist halt ein grünes Bild. Das machen die Jungs dann in der CG sowieso. Ja. Und dann muss ich aber wieder rein in die Geschichte, auf den Schauspieler. Häufig gibt es Pre-Visuals, nennt man das. Das wird so ein bisschen besetzen. Genau. Dann hast du schon mal so einen Skelett-Drachen. Oder so einen ganz billigen 3D-Drachen. Ein Dummy. Hast du schon mal im Hintergrund. Aber das brauchst du natürlich um. Da sind wir wieder bei diesen Bewegungen. Und wenn der Drache so eine Bewegung macht, dass du in den Kameraschwenk reingehen kannst. Oder die Bildmitte so schneiden kannst, dass der Blick der Zuschauerin immer genau da landet, wo du ihn haben willst. Dafür braucht man sowas dann schon. Ich glaube, ganz ohne. Nur mit grün. Dann bist du dann auch. Ich dachte, da brauchst du unfassbar viel Fantasie irgendwie als Editor, wenn du das dann alles mitbedenken müsstest, dass das nicht so geht. Aber Fantasie ist das Geschäft. Ohne geht es nicht, ja. Die machen jetzt das anders mit der Greenscreen. Die machen ja jetzt Bildschirme. So wie bei Mandalorian. Das war LCD. Hab ich gesehen, bei Mandalorian haben sie es benutzt. Man benutzt, um das mal kurz zu erklären, im Hintergrund am Set einen super aufgelösten, riesigen, naja, Fernseher. Es ist nicht mehr projiziert, sondern es ist ein hochaufgelöster Fernseher, der die Bildpunkte der Kamera natürlich übersteigt. Ja, das ist schon ganz schön abgelöst. Und gleichzeitig funktioniert das mit der Unreal Engine, die ja auch aus Computerspielen kommt. Wie kennt man irgendwie hier von, ach wie ist das mit den Dinosaurier fangen, was so? Horizon, Event Horizon ist glaube ich Unreal Engine oder ist nicht auch Fallout. Kann sein, ja. Auf jeden Fall berechnet die Lichteffekte auch direkt in Echtzeit. Ja, und wie die Kamera sozusagen mitdreht. Also wenn die Kamera dreht, dann bewegt sich auch der Hintergrund dementsprechend dieser Achse. Aber das ist natürlich fantastisch für die SchauspielerInnen direkt am Set endlich mal ein bisschen, also beim Schauspielen will man ja auch in diesem Gefühl sein. Du stehst immer noch in einer Halle drin. Aber gefühlt will ich gerne auf dem Planeten sein. Aber du weißt schon mal ein bisschen, wie das Gras da weht, wo du auf der Wiese stehst und so. Oder wie der Dino im Hintergrund rumrennt. Das ist schon toll für die Schauspieler und für die RegisseurInnen. Für die Beleuchtung auch macht. Die können dadurch halt auch gezielt das so beleuchten. Ich meine, wenn ihr im Dschungel steht, dann ist halt grün die dominante Farbe. Und das Licht ist auch ganz grün, was sich streift und was dadurch auch in der Uniform zum Beispiel, der Mandalorian-Typ hat ja wirklich das silbernste glänzende Ding an, hochpoliert, wo sich alles nochmal drin spiegelt. Aber du hast recht, Spiegelungen sind natürlich auch dann so ein Ding. Wahnsinn. Spiegelungen kannst du erst dann erzeugen mit sowas. Oder du machst es hinterher super aufwendig mit dem Computer rein. Exakt. Aber dann mache ich es doch lieber direkt am Set. Ja, und jetzt, wo das geht, offensichtlich in so einer Leichtigkeit. Das ist schon super. Ganz spannend. Ja, wir kommen nicht umher, wir müssen nur zwei Punkte abgrasen. Einmal müssen wir über Drohnenflüge reden, weil ich glaube, das ist aktuell. Und wir müssen über den krassesten Film aller Zeiten reden, an dem drei Jahre geschnitten wurde, Apocalypse Now. Ja, ich glaube zwei Jahre. Zwei Jahre, ja. Zwei Jahre. Da gibt es ein Buch, was du mir mitbringen wolltest oder mir empfehlen wolltest. Vielleicht empfiehlest du es allen. Ja, nicht nur über diesen Film. Das Buch, was ich dir empfohlen habe, ist In the Blink of an Eye von Walter Murch. Walter Murch ist der Haus- und Hofkater von Coppola und hat, der Pate eins, zwei und drei geschnitten, hat der englische Patient geschnitten und auch Apocalypse Now und auch für Apocalypse Now auch einen Oscar für den Tonschnitt bekommen. Also ein viel gefeierter Hollywood-Cutter, der sich über viele Gedanken gemacht hat, wie er seine Kunst, die Kunst des Filmschnitts wirklich gut erklärt und das tut er in diesem Buch und bringt verständlich ganz viele Beispiele, warum ein Schnitt funktioniert oder auch nicht und was ihn motiviert, so zu schneiden, wie er das macht. Macht sich viele Gedanken darüber, wie sich unser Beruf gewandelt hat vom Schnitt, wirklich vom Schnitt mit der Schere von Filmstreifen bis hin zu heute vom Schnitt im Computer, was es auch für die Arbeit bedeutet, für die Kreativität früher mit der Schere zu schneiden, dann den Kleber aufzutragen, vorher noch das anzurubbeln, damit es besser klebt und so. Das ist natürlich, verändert auch so ein Beruf. Und da hat er sich ganz viele Gedanken zu gemacht, ganz tolles Buch. Und er hat in dem Buch auch darüber geschrieben, wie er an Apocalypse Now fast verzweifelt ist. Ich habe neulich jetzt nochmal was darüber gehört, die haben drei Jahre dran geschnitten, auch weil es einfach unfassbar wahnsinnig viel Material gewesen wäre. Also es wäre auch außer, sag ich mal, außer Konkurrenz, wie viel Material insgesamt das alles da auf einem Haufen war, das erstmal gesichtet werden muss und verarbeitet. Und dann, glaube ich, haben die auch öfters mal ihre Meinung geändert. Die hatten kein richtiges Ende. Das Drehbuch hatte kein richtiges Ende für den Film. Und die hatten dann auch noch dazu einen Rough Cut von, also einen Rohschnitt von sieben Stunden, den man dann am Ende runterbrechen musste auf eine Spiellänge. Die erste Kinoversion war zweieinhalb Stunden. Und ja, also das war einfach unfassbar viel Material. Wenn man an die Hubschraubersequenz denkt, wo der Angriff auf Point Charlie, glaube ich, heißt die, wo mit 14 Hubschraubern gleichzeitig gedreht wurde. Und die haben einfach, die haben sich zehn Filmkameras genommen oder ich glaube noch mehr, in jeden Hubschrauber eine reingebaut, auf dem Boden noch fünf. Und dann sind die diese Choreografie geflogen. Und nachdem die gelandet sind, hat Coppola gesagt, super, das machen wir jetzt nochmal. Gleich nochmal. Ja, und damals auf Filmrollen hast du auf einmal Kilometer Hubschrauber. Wow. 14 Hubschrauber, 14 Perspektiven, plus die Bodenperspektiven. Für eine Szene, die nachher im Film fünf Minuten, vier Minuten einnimmt. Ja, genau. Ich glaube, ein bisschen mehr. Ich glaube, es ist schon ganz schön lang. Zehn, 15 Minuten macht die, glaube ich, schon. Ja gut, ist auch ein langer Film, oder? Ja, wie gesagt, der erste Kino war zweieinhalb Stunden. Der Directors Cut, also Redux heißt es, war dann über drei Stunden zwanzig. Und die letzte Version, die rausgekommen ist, wo Coppola gesagt hat, das ist eine Version, mit der kann ich jetzt endlich leben, die war knapp über drei Stunden. Die heißt, für alle, die es interessiert, ist vor ein paar Jahren erst rausgekommen auf Blu-ray. Auch eine neue Abtastung, kann ich auch sehr empfehlen. Die heißt Apocalypse Now Final Cut. Und ich hoffe, Coppola hat wirklich damit seinen Final Cut gemacht, weil irgendwann will man so ein Projekt ja auch mal. Ja, mal abschließen. Ja, und jetzt gehst du in die Luft mit Hubschrauber, naja, mit Drohne. Ja, ich fliege gern. Und das hat, was jetzt gerade so als Hobby anfängt, merke ich doch, dass ich das auch gerne beruflich einsetzen würde. Weil tatsächlich, wenn wir Reportagen machen, die letzten Jahre sind Drohnenaufnahmen, also Luftaufnahmen immer mehr dazugekommen. Und es eignet sich einfach hervorragend, um eine Situation zu etablieren. Du sagst, ich bin nach Köln gereist, um im Kunsthistorischen Museum Professor Sohn zu zu treffen. Es ist einfach toll, wenn du dich aus der Luft schon mal die Stadt siehst. Und das funktioniert halt häufig sehr gut. Nun ist es so, dass meistens irgendwelche Kamerateams nebenher machen und die Drohnenaufnahmen wackeln, sind schief. Es sind Druck da drin. Und da habe ich mir gedacht, naja, das kann ich vielleicht selber ja auch mal probieren. Und bin da so ein bisschen drauf hängen geblieben. Ja, das ist für mich ein Riesenspaß. Was für eine Drohne hast du? Eine Phantom? Nee, eine Mavic Air 2 fliege ich zur Zeit, ja. Und was für eine Kamera hängt da dran? Da hängt eine Kamera dran, die 4K-Aufnahmen macht. Ist das so eine Action-Cam dann? Ist das was, was sehr breitbild auch irgendwie filmt? Es ist eher weitwinklig, das stimmt. Genau, um ein bisschen teeliger zu sein, das machen die größeren Drohnen für dann mehrere tausend Euro. Aber das ist auch alles möglichst nur eine Frage des Preises und kann man sich ja auch ausleihen, muss man ja nicht besitzen, sowas. Da gab es vor ein paar Jahren ja diese Doku Deutschland von oben, die unfassbar schöne Bilder gesammelt haben. Also es gibt dann auch, glaube ich, sowas über den Rhein. Ja, das gibt es auch. Oder über andere Regionen. Über die Reilen und so. Sind das alles Drohnenaufnahmen? Ich dachte, da wären auch viel Ballons oder so mitgeflogen. Das kann ich dir jetzt bei der Doku nicht genau sagen. Die Flugzeuge wahrscheinlich auch. Wenn ich heute eine Doku machen würde, die Deutschland von oben heißt, würde ich das im Jahr 2020 größtenteils mit Drohnen machen. Also wahrscheinlich zu 100 Prozent. Früher, und mit früher meine ich nicht vor dem Krieg, sondern noch vor zehn Jahren hat man da für 2000 Euro die Stunde ein Helikopter gemietet. Und das Bild hat noch dazu gewackelt. Also das ist fantastisch. Wir haben uns innerhalb von zehn Jahren, ist es für jeder Mann und jede Frau möglich geworden, Luftaufnahmen zu machen. Aber ich glaube, wenn man ein Auge hat für das, was man hinterher im Film benutzen will, dann fällt einem das noch ein bisschen leichter, genau die Bilder. Aber es ist auch wieder Fotografie. Und ja, vielleicht kombiniere ich das ganz gerne. Eine Fotografie und Filmografie, gibt es das Wort? Und das mit Luftaufnahmen zu kombinieren, das gefällt mir schon sehr gut. Ja, ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt. Das machen wir auf jeden Fall noch, solange du in Köln bist. Weil du bist eben ja gerade in Köln für die Arbeit, wie du gerade erwähnt hast, für den Schnitt gerade von einem Projekt. Und dann könnten wir hier auch nochmal eine Drohnenaufnahme machen. Ja, sehr gerne. Ich bin immer dabei. Das wollen wir jetzt nicht, aber das machen wir noch. Gut. Und man kann ein bisschen gucken auf deinem Instagram-Account. Da sieht man so ein paar Eskapaden in die Luft. Genau, Instagram habe ich jetzt vor kurzem entdeckt. Da habe ich dir auch gesagt, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob man zu spät auf eine Party kommt, wo schon alle betrunken sind. Und man sagt, hey, das ist ja schick hier. Alle schon auf TikTok. Ja, und alle wollen eigentlich weiter. Aber ich finde es ganz schön, dass man bei Instagram so kurze Ausschnitte aus meiner Drohnenarbeit machen kann. Und das passt ganz gut zusammen. Also könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Man kann auch nochmal kurz Werbung machen für ein Projekt, was du beendet hast. Was auch irgendwie schön ist, weil es den Rahmen zum Podcast auch irgendwie die Schleife beendet. Nämlich Philipp Wenger und C.A. Rockel von The Tame in the Wild waren ja auch Gast hier in der Sendung. Flop hatte mal den Ursprungs-Bass eingespielt. Gemeinsame Freunde von uns. Und du warst jetzt mit denen in Kroatien, um ein Videoclip, ein Musikvideo aufzunehmen. Einen Song, einen neuen Song von denen. Genau. Wir haben diesen Sommer in einem, naja, man kann ja schon sagen, in einem Corona-Loch, wo die Fallzahlen super günstig waren, gering waren, haben wir in Istria ein Musikvideo gedreht. Und ich bin sehr zufrieden damit. Es ist sehr schön geworden. Der Song heißt Autumn Boy von Tame in the Wild. Ich verlinke das hier unter dem Video. Super. Und da konnte ich das halt auch nochmal Drohnenaufnahmen kombinieren mit klassischer Kamera. Und ich glaube, wir haben da ganz gut die Stimmung von dem Lied eingefangen. Ja, ich finde die Drohnenaufnahmen auch richtig schön. Auch die über Wasser vor allem. Aber man darf es nicht zu viel benutzen. Also, wenn ich mich nochmal kurz selber loben darf, ich glaube, dann im Schnitt ist es dann doch auch gelungen, obwohl ich kein Korrektiv hatte, nochmal viele von den Drohnenaufnahmen, die wir gemacht haben. Und du kannst dir vorstellen, wir haben viele gemacht. Viele einfach wieder wegzuwerfen und zu sagen, nein, wir machen jetzt oder ich baue nur die rein, die wirklich kurz, wo man dann staunt. Und dann muss es aber auch weitergehen. Wir können nicht nur Luftaufnahmen reinhaben. Das war nicht leicht, aber ich glaube, das sind ganz gut geworden in der Sommer. Ja, glaube ich auch. Wir haben eine Fliege hier im Aufnahmestudio. Na gut. Guck mal. Die ist in mehreren Folgen schon drin. Ah ja. Ich weiß nicht, ob es die gleiche ist, aber ich finde, warum es immer die gleiche ist, die Podcast-Fliege. Solange sie still ist, darf sie hierbleiben. Solange sie kein Geräusch macht, ist alles in Ordnung. Ach, sehr schön. Ja, was würdest du denn jemandem empfehlen, der sagt, ich habe Lust, mich mit Schnitt auseinander zu setzen, entweder jemand wie ich, der gerade einen YouTube-Kanal macht und sich Gedanken macht über, wie mache ich am besten meine YouTube-Videos, wie schneide ich die am besten, dass sie spannend sind. Auf der anderen Seite vielleicht jemand, der sagt, ich habe vielleicht Bock, das sogar professionell zu machen. Wie geht man das an? Gibt es da ein Studium dazu? Ja, also wenn man erst mal so anfangen will, wenn man das noch nie gemacht hat, wenn man es professionell machen will, dann sollte man vielleicht schon, also wenn man vielleicht gerade Abitur macht oder die zehnte Klasse abschließt und sagt, ich möchte Richtung Schnitt gehen, weil man vielleicht weiß, dass es schon einem liegt, dann ist natürlich vielleicht der Ausbildungsberuf Mediengestalter Bild und Ton ist eine gute Wahl. Die großen Filmschulen in Babelsberg, wo man dann Montage heißt, der Studiengang, das studieren kann, da ist man häufig besser dran, wenn man tatsächlich schon vorher selber kleine Filme gemacht hat und wenn man schon Erfahrungen hat überhaupt. Und darum wäre, glaube ich, der größte Tipp, machen, 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 machen. Mach Filme von euren Freunden, wenn sie jonglieren oder dreht selber Filme und dann schneidet das zu Hause in Programmen, die mittlerweile umsonst sind. Von DaVinci gibt es ein Schnittprogramm, das heißt Resolve. Das ist super umfassend und wahrscheinlich auch erschlagend für Laien. Wird im professionellen Bereich benutzt und ist umsonst. Oder wenn man ein bisschen Geld in die Hand nehmen will von Premiere, Premiere von der Firma Adobe kostet im Abo wahrscheinlich, glaube ich, 20 Euro im Monat. Das ist jetzt für ein, zwei Monate auch nicht die Welt, kann man auch mal reinschauen. Das ist ein bisschen intuitiver, man schiebt dann so Blöcke hin und her, das kann ich schon gut empfehlen, aber ich glaube, der große Tipp ist, filmen, filmen, filmen und schneiden, 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 zu Hause selber und dann kommt man rein. Ich muss mir dann auch bewusst werden, zum Beispiel, was für einen Stil möchte ich haben oder man muss ja dann plötzlich auch einen Gedanke davon haben, wenn ich filme, muss ich eigentlich den Schnitt schon fast im Kopf mitbehalten, weil ich kann ja nur aus dem Material zehren, was ich selber jetzt aufnehme. Das spielt irgendwie so eine Rolle oder dann haben wir über Jump Cuts gesprochen oder lieber eine Blende zu machen. Aber das ist ja alles Typsache, also der eine oder die eine zeichnet vorher schon, kann man sich ja auch den Spaß machen, wenn man eher so ein grafischer Mensch ist, dann zeichnet man vorher auf dem Blatt Papier lauter Vierecke und malt sich jedes Bild einmal auf, was man machen will und dann fällt man das in der Reihenfolge ab, dann geht man in den Schnitt und stellt fest, dass man die Hälfte vergessen hat. Und dann macht man es nochmal und aber genau so kommt man dann dahinter und für manche andere Menschen ist das überhaupt nichts, vorher ein Storyboard zu malen. Die gehen da eher ran und filmen alles, was sie sehen und dann wird im Schnitt gebastelt. Aber das sind unterschiedliche Wege, die muss man erst für sich selber finden. Für mich ist es glaube ich so immer gut, ungefähr zu wissen, wo ich hin will und welche Bilder ich schon haben möchte. Ich experimentiere natürlich gerade auch ganz viel noch rum und klebe mal eine Kamera an die Decke und mal das ausprobieren, ob das Mehrwert hat für meine Videos, wenn die Perspektive mal von oben kommt oder irgendwie von unten oder von der Seite. Einfach mal auszuprobieren, was ja schön ist. Aber ich glaube, ich brauche schon, dass ich weiß, welche Bilder ich brauche. Weil sonst erschlägt mich das im Schnitt nachher. Wenn ich nachher zu viel Material habe, von der gleichen Sache, das ist halt ein bisschen, was du sagst auch. Ich mache jetzt Jonglier-Tutorials, da stehe ich alleine vor der Kamera mit irgendwelchen Requisiten. Bedeutet, ich brauche jetzt eigentlich keine fünf Perspektiven von mir. Ja. Zwei, drei. Weil ich fünfmal dieselbe. Und nicht fünfmal dieselbe, genau. Also welche brauche ich wirklich und was lohnt sich und was nicht. Das bin ich am Rausfinden, am Rausfächern. Dann auf der anderen Seite hatte ich voll Bock auf mehr Schnittbilder, Schnibis. Ja. So, weil ich denke, ab und zu wäre das cool, von einer Szene in die andere. Ja, ja klar. Nicht immer direkt in den Monolog reinzugehen, sondern zwischendurch einmal kurz die Mucke, kurz Luft holen, kurz ein Schnittbild. Aber dann sitze ich im Schnitt und merke, dass ich die vergessen habe, sozusagen. Aber du filmst dich auch selber. Das ist natürlich dann nochmal schwieriger, weil du bist Kameramann und Protagonist in einem. Das macht es natürlich noch viel komplizierter, wenn jemand dann nur Kamera macht, der denkt natürlich, der sieht, welche Einstellung habe ich schon. Ich mache das so, das ist mir gerade eingefallen. Ich mache, wenn, sagen wir, wir filmen einen Jonglierfilm, ich mache als erstes die Basics. Sodass ich dann, wenn ich die durch habe, dass ich sagen kann, jetzt kann ich safe daraus ein Jongliervideo schneiden. Und dann fange ich an, so Bonussachen zu filmen, die so vielleicht ein bisschen verrücktere Bilder. Und die kommen natürlich dann auch später alle rein. Aber mir hilft es auch für meine Ruhe, wenn ich weiß, jetzt sind wir schon mal an einem Punkt. Gerade auch manchmal, wenn man Szenen hat, die man nicht nochmal wiederholen kann. Als wir Autumn Boy gedreht haben, das Musikvideo, hatten wir morgens immer nur zwei Stunden gutes Licht. Höchstens zwei Stunden, wenn überhaupt. Und da musste man sich schon gut überlegen, welche Bilder man zuerst macht und welche hinterher nice to have sind. Wieso hattet ihr nur da gutes Licht und nicht abends nochmal? Es war tatsächlich so, dass ab 9 Uhr hat die Sonne so gebrannt. Da wurden die Schatten im Gesicht sehr hart, die Lichtfarbe wurde sehr gelblich. Man konnte auch kaum noch irgendwo stehen, ohne nicht mit den Augen zu blinzeln. Stimmt, es ist sehr weiß da auch. Und generell ist morgens die blaue Stunde, das war da zwischen 6 und 8, ist das Licht weich. Das Licht hat so einen bläulichen Schimmer, die Sonne kommt gerade über den Horizont. Und der ganze Himmel über dir, die Atmosphäre der Erde, ist wie eine große Softbox. Wie ein Reflektor, der das Licht weich auf die Menschen, die auf der Erde stehen, zurückwirft. Sieht immer super aus. Und das hat man abends nicht, interessanterweise? Abends auch, doch hat man abends auch. Okay, also es gibt das Fenster nochmal in den Gammelroben. Genau, abends auch, ja. Spannend, war mir nicht so klar. Zweimal am Tag, ja. Ja, viele Filme haben im Drehbuch dann schon stehen oder in der Vorbereitung des Drehs, dass diese oder jene Szene zu einer bestimmten Tageszeit, egalerweise zur blauen Stunde gedreht wird. Und wenn du eine große Filmcrew aus 50 Leuten hast, dann kannst du dir vorstellen, was das für ein logistischer Aufwand ist, wenn man wirklich nur zwei Stunden Zeit hat und den Rest des Tages, ja, also das muss dann alles richtig sitzen. Und wir waren zum Glück da nur zu dritt, ja. Ja, Fabi, unsere Zeit ist schon wieder um. Schade. Der Podcast ist schon... Ich habe mich gerade erst warm geredet. Ja, wir müssen es wiederholen. Sehr gut. Ja, es ist jetzt Folge 33, du warst in Folge 5 da, da gucken wir mal, was in den 60ern passiert oder so. Ja, ich bin gespannt, wer als nächstes noch kommt. Ja. Kannst du da was teasen? Ich kann zumindest teasen, dass ich versuche, einen jungen Mann ranzuholen, der auch einen Film gerade gemacht hat. Dieser Film wird jetzt gerade veröffentlicht, das wird aber wahrscheinlich über Zoom stattfinden müssen, da kann ich hier hinkommen. Dann würde ich sehr gerne eine Tänzerin hier begrüßen, also auch mal um über Tanz zu sprechen. Toll. Und das nächste wäre ein Autor, jemand, der schreibt. So, und dann gibt es noch einen, der Gin macht. Wow. Der ist super, auf den freue ich mich sehr. Das muss gut geplant sein, weil er ist auch im Ausland. Sehr gut. Hat wenig Zeit, aber das werden wir auf jeden Fall alles hinkriegen. Ich habe gerade so ein bisschen die Phase, dass ich gerade sehr viel arbeite, die nächsten fünf Wochen und nicht mehr so diese wahnsinnige Zeit habe, diese ganze Akkise zu machen, Gäste einzuladen und auch irgendwie tatsächlich den Podcast aufzunehmen, wie noch jetzt in dieser Sommerzeit mit, ja, wo mein regulärer Job einfach ausgefallen ist und ich viel mehr hier rein investieren kann. Aber ich bleibe dabei. Wahrscheinlich wird es bald nochmal eine Solo-Folge auch geben, um das so ein bisschen aufzufangen. Aber dann kommen wieder ganz viele neue interessante Gäste hier reingepurzelt. Cool. Dann wünschen wir euch allen wie jedes Mal ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Das war Podcast ist echt nicht einfach mit der Folge 33. Wenn ihr mein Projekt unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Schaut doch mal auf Patreon.com vorbei, da kann man einen kleinen Hutgeld hinterlassen. Das würde mich sehr freuen, damit wir weiterhin so tolle Sendungen machen können, wie die heute mit Fabi. In diesem Sinne, vielen Dank Fabi, schön, dass du da warst. Danke auch. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.